Hilfe, da war gerade ein Enderman ganz kurz. Ich habe ihn nicht angeguckt. Sehr gut, sehr gut. Das ging nur so. Ja, den darfst du nicht angucken. Habe ich nicht gemacht. Sehr gut. Ganz artige. Ich habe mich geschämen, fremde Männer anzugucken. Ich habe ein Shader-Pack drauf. Ich weiß gerade nur nicht mehr. Moment, das kann ich ja einblenden, wie es heißt. Ich habe Optifine drauf. Und ich habe... Hier. Voice Renewed Version 1.10. Ich habe keine Schie... Rein Optifine nützt nichts, oder was? Ich habe keine Schiegelsteine mehr. Ja, ich glaube, das macht auch schon was. Da kannst du auch schon mehr einstellen mit einem Völkchen und so. Aber das Shader-Pack bringt halt dann diese ganz besondere Grafik drauf. Hat Honeyball nicht immer so schöne Minecraft-Skins gemacht? Ja, das stimmt. Da hat Gronkh auch, glaube ich, ganz viel mitgespielt immer. Meine Kraft oder sowas hieß das, glaube ich, immer. Ich weiß das gerade gar nicht, aber sie hat echt, glaube ich, einiges an sowas getunt. Ich kenne mich da echt nicht aus. Ich habe eine Minecraft-Erfahrung beruht drauf, dass ich früher die Gronkhlets-Plays gesehen habe oder gehört habe, zum einen schlafen. Die ganz frühen Folgen. Ja. Ich auch. Ich habe damit auch mit eingeschlafen. Ja, ne? Irgendwie alle, jeden, der die Gronkhlets-Plays gesehen hat, sagt, der ist dazu eingeschlafen. Das stimmt. Ja, aber vor allem auch, wenn man es gucken will, so, ne? Also nicht nur zum Einschlafen, aber wenn man dann doch einschnebt. Ja, oder ich habe es dann, wenn ich geputzt habe oder so, dann habe ich die auch angemacht. War irgendwie... Putzcraft. Man konnte es so nebenbei halt so cool laufen lassen irgendwie. Das war sehr angenehm. Ähm, Monkelchen, ich habe jetzt gerade auch den bedrasten Erdklumpen nackt gemacht. So, guck, glatze. Glatze. Das ist alles nackt, ne? Ja, heute schon. Hm. Was ist da schon runter? Okay, jetzt sieht es wieder falsch aus mit dem... Mit dem... Da schon runter. War Rasenmähen hier. Nennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennen Ach guck, das mach ich auch noch weg. Also ich hab auch noch keinen Papageien gesehen, aber ich hab mal gehört, Leute, was mach ich denn hier mit meinem Schornstein? Das sieht irgendwie schon wieder so komisch aus. Ich glaub, auf Ollos Servers gibt's auch Papageien. Ja, ich hab schon welche gesehen, aber ah nee, ich glaub, das war auf dem anderen Server mit Leif in the Woods oder so. Irgendwie sieht das schon wieder verkehrt aus. Kann denn theoretisch, Leute, wenn die Tanne Komm, Community, ihr seid gefragt, hab ich das dabei? Ich hab's dabei, okay. Community, liebe Bäumchen, hören Sie mir einmal zu. Wenn ich theoretisch spitzen Sie Ihre Holzöhrchen. Wenn ich theoretisch einen Stein mit einer Hacke abbaue, dann funktioniert das nicht. Wenn ich theoretisch das hier so mache und und dann so mache. Kann das brennen? Also ich will kein... Aua. Aua. Wenn ich... Weil ich will ja kein Neter, ich will ja kein Neterfeuer wieder machen. Ich mach da einfach ein Lagerfeuer rein. Kann das Holz dann brennen? Das ist eh ein Kamele. Ah, soll das brennen? Ich weiß, dass der Show schon komisch aussieht. Felber sagt nein. Das wär natürlich awesome. Ich vertraue euch da, ne? Ihr seid schuld. Das ist los. Ich hab noch keine Ahnung. Ach so. Also wie immer. Sogar die ganze Folge geht bei Kami nur häh? Häh? Frag ruhig, ne? Wenn irgendwas ist. Ey, ich glaube, ihr könnt heute ganz, ganz viel noch klippen. Du hast alles nackt gemacht. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, das werden heute sehr viele Clips. Also bei mir geht's... So, ich muss jetzt die Villa runter und... Genau, also Neterfeuer will ich nicht nehmen, weil das springt ja auf das Holz über. Ich baue mich hoch und der Hund steht halt auf meinem Erdblock. Er guckt dich so an, so. Hey, na? Alter, das ist ja auch sehr dezent, dieses Pferd, ne? Das hat eine sehr große Nachricht gerade. Was hast du denn alles für Holz schon abgebaut, ey? Wenn ihr wüsstet, ey. Und ich hab dann nicht mal ansatzweise angefangen, außer hier eine Werkbank zu bauen und eine Kiste. Kami, hallo! Juhu! Hi! Winke, winke! Das ist so dumm. Guck mal, mein Apfel, den hab ich poli, siehst du das? Ja, der glänzt richtig. Aua! Cool, wa? Aber hey, du... Doch, der ist nicht wurmstichig. Du machst schön, ähm, wie nennt man das? Terraforming. Guck mal, von Doris Pferd aussieht man die anderen. Ich fand die Häuser von Fupps und Sunnyforms. Ja, das Pferd wird jeder sehen. Das kann ich dir jetzt schon. Das ist voll gut, wenn wir auf Reisen gehen. Ja, das wird uns der Pfeiler. Oh Gott. Aber ich überleg grad... Immer dem Pferd nach. Achtung, ich komm grad drunter. Ich war nicht hoch. Ich überleg grad, ob man irgendwie noch mit Treppen und so arbeiten könnte, sollte, tut. Ja. Wow. Ja. Das ist noch nie die. Könnte man sicher auch... Ich versuch grad einfach die Grundstruktur mal hinzukriegen von diesem Pferd. Äh, hui. Äh, Kami, du hast kein... Du kannst kein Pusteblume zum Runterspringen, ne? Ich weiß. Ich bin aber die Treppe... Also die Leiter runter... gerutscht. Okay. Boing, boing, boing. Ich seh immer einen Enderman hier irgendwie. Nicht angucken. Nicht ihn angucken. Nicht denn an. Der ist böse. So, die Grundstruktur haben wir. Bin grad unschlüssig. Warum denn? Ich anfange. Oh, falsch. Am besten hinten, damit du nach vorne rauskommst. Äh, vielleicht einfach mit dem Grundstruktur... Ähm... 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 Und das ist jetzt voll unpraktisch. Das ist jetzt wirklich, wirklich unpraktisch, dass du da stehst. Kannst du da... Kannst du da hochgehen? Doggy, oder? Ich will da... Ich will da was hinbauen. Es wird schon wieder dunkel. Komm. Nee, du sollst nur... Du wolltest einen Hund. Du wolltest einen Hund. Ja, kannst du den bitte spazieren? Ich will nur eine Katze, damit ich hier keinen blöden Creeper kriege. Kommt ihr gleich nach Hause? Das war wohl falsch. Nie wieder. Kami? 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 Es wird dunkel. Schnell! Bevor der böse Enderman wiederkommt. Nur noch 10 Minuten. Nee. Also gut, wenn du mit dem Enderman spielen willst, bitteschön, aber... Ach man. Gute Nacht. Gute Nacht, Dori. Die baut noch. Dori, du musst schlafen. Die kann man voll bespannen. Geil, Felber. Geil. Ich wollte gerade in den Chat schreien. Ich habe dich gesehen. Gar nicht. Ich habe dich gesehen. Gar nicht. Ich habe dich gesehen. Wohl. Mann, erschreckt mich da nicht mehr so. Blöden. Zombies. Blöde. Lieber Chat. Der ist ein Creeper. Uh, pass auf. Hund, komm mal mit. So, lege ich jetzt an die Nerven. Aua. So, sitzt. Dankeschön. Kami. Achso, du willst unser Wilder nachbauen mit dem dunklen Holz? Ja. Okay. Aber du kannst auch Bretter rausmachen, ne? Dann hast du mehr. Achso. So wie meine Wände, weißt du? Du, du verstehst mich? Ja. Sehr gut. Wie baue ich die ab? Einfach so? Oder muss ich da was Bestimmtes nehmen? Nee, du nimmst einfach, guck mal, wenn du dann, wenn du dann, ähm, so gesagt. Also so, dass die Blöcke nicht verloren gehen, weißt du, was ich meine? Genau, du hast ja dann so einen Block. Und wenn du dann auf E drückst. Achso, du, hast du keine, keine Axt? Ja, das meine ich ja. Aber wenn ich mir eine Axt. Nee, da passiert dann nichts. Ja, dann fällt, dann kriege ich aber meinen Stein nicht wieder, weißt du? Seinen Stein? Welchen Stein? In dem Block. Also das Holz. Ja. Genau, aber wenn du das abbaust, so. Ja. Ich hab zu viel, ich hab's doch, ich kann's aufnehmen, warte mal, so, so, bla bla bla. Aber wieso geht's bei mir nicht? Ach, da hinten. Doll. Never mind, alles gut. Achso, guck mal, wenn du, genau, wenn du dann das, in deinem Inventar, also I, und dann das Eichenholz oben rechts einfach reinpackst, dann wird es zu Eichenholzbrettern. Hm. Und dann muss ich nicht an die Werkbank. Nee, manche Sachen kriegst du in deinem kleinen, in deiner kleinen Hosentasche. In meiner Hosentasche, natürlich. Genau, in deiner kleinen Hosentasche hin. Da könnte ich auch Stücke machen. Genau. Guck mal, was die Dori da oben macht. Alter, schade. Ja, das macht dann mehr Sinn. Okay, danke. Guck die Dori mal an. Hm. Ui. Ich werde immer wieder runter und gucken. Hm. Hm. Der ist jetzt so weit unten angefangen. Und das muss. So. Oh, gute Nacht, Harry. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, Harry. Leute, sorry, dass ich heute nicht so viel da werde, aber ich bin so konzentriert. Das bringt so Spaß, meinen Kopf zu spielen. Ausweg. Voll abgehoben, die Tanne. Äh, nein. So ein bisschen Holz zerteilt sich doch mit der Hand. Ja, das stimmt. Das bisschen Holz zerteilt sich mit der Hand. Sagt mein Nachbar. Sagt der Chat. So, nun explodieren die Lufthöne auch, wenn sie nach oben fliegen. Wow. So, irgendwie ist das noch nicht ganz koscher hier. Hätte ich drei? Hätte ich denn, das hätte ich drei? Ja, ne? Das weiß ich nicht, ob du drei hattest oder vier oder acht. Mach das doch so, Pi mal Daumen. Falsche Truhe. Die wollte ich. Wirst du in Minecraft mit mir bauen? Ein Häuschen hier und dort. Vielleicht ein bisschen. Wir gehen hier zusammen ein und braten ein Schwein. Doch, es läuft uns fort. Weil die Kami zu gierig ist. Ich kann echt keine Lieder singen. Und den Welpen frisst. Den Welpen frisst? Den Bacon. So. Bacon. Ich hab Welpen verstanden. Nein. Irgendwann frisst du nicht. Der Doris Welpen. Ich glaub, das könnte was werden. Aber das hab ich letztes Mal beim Schornstein auch das schon mal gesagt. Glaub an dich. Ich kann die Kami zugucken, was die da macht. Ich mach nur so eine Fassade. Fassade? Wie bei Schuh des Manitou. Dann sieht das so vorne aus, als wäre das voll die Hütte. Aber ist sie gar nicht. Wir brauchen da noch so einen Immobilienmakler. Kami, was sagen Sie denn von der Höhe vom Schornstein? Gucken Sie mal. Möchte ich. Also hoch genug? Der ist ganz schön fett. Ja, aber der ist schon eigentlich schmal. Der ist schon schmaler als vorher. Also von hier sieht der schon fett aus. Aber ist der hoch genug? Ja. Gut. Ich glaub, der sollte, ich würd den vielleicht auch nicht ganz so... muss man von hier gucken kommen. Ja, vielleicht in der Höhe. Gut, weil hier kommt noch was rum, weil hier oben packe ich noch ein Lagerfeuer rein. Was ist hinter dem Schornstein? Hast du zwei Schornsteine? Nee, das ist nur ein Kackebalken. Nein. Ein Kackebalken. Jetzt bist du doch wieder genau da, wo du vorhin angefangen hast. Wie ist das denn? Was? Gammelfleisch, wa? Ich hatte, glaub ich, zwei Fenster, oder? Ja, aber der Kamin gefällt mir schon besser. Aber wie soll ich denn jetzt auf... auf einen Block reduzieren? Ich will ja nicht... Ich will ja dann hier oben noch ein Feuer reinpacken, aber das soll man ja nicht sehen, dass da ein Feuer drin ist. Da soll ja nur der Qualm raus. Ihr versteht mich nicht. Ich muss niesen. Gesundheit. Gesundheit. Hatschuuu! Ah! Ey! Nein! Danke! Danke! Unter mir abbauen. Ganz, ganz tolle Idee, Dori. Immer die besten Ideen. So like a Kami. Was ist mit mir? Hä? Hä? Also. Alter, dieses Pferd. Pfff. Ha, ha. Dann ist ja okay. Okay. Falltüren kann man recht klein, um ein Block setzen, um ein Feuer zu verstecken. Hm. Was, was baust du da? Hm. Frage für einen Freund. Oh. Was? Dori? Dori? Dori baut, ich weiß auch nicht, was sie da baut. Dori baut was komisches, womit gleich keiner so gerechnet hat. Ich bin auch sehr gespannt, was das wird. Schön. Weißt du, wenn ich mal Treppenecken baue, brauche, werden sie nicht gesetzt. Aber jetzt setzen sie sich automatisch. Ja, setzen sie sich doch mal. Nein. Ich will doch keine Treppenecke. Schönes. Tun sie das. Dankeschön. Warte. Vielleicht in sowas. Aber dafür ist ja Minecraft da. Gucken sie, ich habe jetzt auch bei meinem zweiten Anlauf einen viel besseren Schornstein hinbekommen. Kann man denn auch Falltüren aus Stein bauen? Nee, das sieht doch schon viel besser aus. Gucken sie mal, Frau Kami. Oh ja. Viel dezenter. Doch, doch. Viel besser. Von der Höhe? Aber ich würde trotzdem eins, glaube ich, kürzer machen. Ein kurzer? Ja, wir wissen. Wie bitte, Dori? Ich rede gerade mit dir selber. Sorry. Oder? Dass das Dach ein bisschen höher ist als der Schornstein? Ja, ja, ja. Ja, das ist gut. Möchtest du einen Schornstein bauen? Ich weiß nicht, machst du das jetzt so? Was? Ja, jetzt ist doch ein Pferd. Pferd. Das ist doch die Öhrchen irgendwie. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Soll ich einmal, soll ich einmal cheaten? Dann kann ich hier ein Eck ran machen und hier ein Eck und dann da noch einen Block. Ha! Ich habe eine Tür gebaut. Ich glaube, dann wird es ein gutes Ohr. Aus Versehen. Ja, sehr cool. Hier mal um Pult rein. Ich glaube, wir müssen gleich wieder schlafen gehen. Okay, gute Nacht. Ich glaube, das geht noch nicht, oder? Ich höre hier Monsters. In der Höhle oder am Tag? Die sind unter uns. Ja, da ist eine Höhle. Die müssen wir mal ausleuchten, damit es kein Öhr mehr macht. Pultüren gehen leider nur aus Holz oder Eisen. Mist, ich habe kein Eisen. Das hätte ich jetzt gleich mal als Holz. Aber gut. Hallo, ich möchte schlafen. Schlafen. Ja, genau. Wenn ich es nicht hinbekomme, dann sagen wir, der Hund hat dem Pferd das Ohr abgekaut. Ich habe in den Chat geschrieben. Aber du baust dem Pferd auch noch einen Körper, ne? Nö, das ist das körperlose Pferd. Ne, also das wird nicht so... Oh, oh. Gehst du mal schlafen? Sie baut ja oben noch an. Ja, ja. Ab ins Bett, du. Ich duri. Ja, ich... Hm. Was ist daran nicht zu verstehen? Ins Bett. Ja. Schlofe, schlofe. Schlofe, schlofe. Ja, wieso schläfst du denn nicht? Luki! Noch ein Steinchen und noch ein Stein... Oh, guten Morgen. Nein, ich muss ja erst mal das Pferd hochrennen. Mit Magen. Das ist die schöne Aussicht hier. Guck mal, da geht schon wieder jemand im Schwimmen, im Pool. Brennt. Gute Nacht, Peter. Brennt. Du wirst immer bei Monstern dann, wenn die halt unter dem Baum sind, wie er da hinten dann brennt sie nicht. Brennt. Das Skelett ertrinken. Nö. Das Skelett ertrinken. Nö. Was hab ich jetzt? So einen blöden Ohrwurm. Oh, dafür brauche ich mehr Bretter. Ich will aber so dunkle Bretter haben. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Dann machen wir hier aber die große Aussicht. Also ich mach das in einer verkürzten Form. Ein Creeper! Wie bitte? Ich mach das Haus in einer verkürzten Form. Nee, du machst das so richtig groß und so, ne? Nee. Wieso nicht? Mal gucken. Ich hoffe, der Creeper folgt mir jetzt nicht. Wichtig. Ich brauch das andere, ne? Alter, Dori, ey. Von jeder Seite. Ich kann nicht, wenn man guckt, ist das so übertrieben. Ich mach das mit dem Schornstein, der sieht aber gut aus. Ja. Das ist ein Creeper. Geh weg. Tanne, lass den Ohrwurm los. Lass ihn los. Lass den Ohrwurm los. Nö. Lass ihn los. Ich hasse euch. Das kann nicht so schwer sein. Lass ihn los. Einfach los. Die Macht ist grenzenlos. Dieser Ohrwurm. Wer ist das Falltür, ne? Hör ihn an. Aua. Was? Wo kommt das denn jetzt her? Ich bin umgeknickt. Hör ihn an? Ja, den Ohrwurm. Hör ihn an. Dann bleibt ihr auch hier. Sing ihn nach. Mach einfach mit. Eieieieiei. Okay, ciao. Okay, ciao. Hacker du, das Musical. Nichts, ich bin da voll aufgehoben. Jetzt auch in ihrem Kino. Kino, ich vermiss Kino. Ich vermisse aber nur das Popcorn, nicht die Menschen. Und Nachos mit Käsesauce. Soße. Ja. Soße. Bloß mit Soße. Ich gucke auf den Pferdearsch. Ah, schön. So, ich möchte ein Lagerfeuer. Ich mag das voll, wie man die Steine aufsahme. Ich brauche Kohle oder Holz. Ja, das Kursch ist irgendwie cool, ne? Ah, ich brauche ganze Stämme. Das war das, ja. Warum bist denn du nicht tot? Sorry. Wer? Der war nur ein Zombie. Ja, das ist wahrscheinlich der, bei dir da unten, ne? Oh, hallo Creeper. Ähm, der, 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 der hat sich in dem Schatten des Waldes aufgehalten. Und dann sterben sie nicht. Kannst du andeuten, dass ich den Wald ausleuchten muss? Nö. Ich fäll' den eh jetzt. Da komm' ich doch gar nicht dran. Ich? Doch. Musst du dir einen Kackestift bauen? Einen Kackestift. Hallo Creeper. Tschüss Creeper. Das klingt so cool. Falsch. Ich mag meinen neuen Kamini. Ich bin viel, viel zufriedener. Du hast ja erst nicht so dran geklaut. Nee. Lager Feuer. Ich hab keine Setzlinge rausbekommen. Die kommen vielleicht noch. Was soll das? Nein, ich brauch noch mehr Holz. Aber ich kann ja erst mal so. Oh. Sorry. Ach Mann, ich bin noch doof, ey. Nö, bist du nicht? Ein bisschen schon. Oh, das sind Sitzlinge. Sehr gut, können wir wieder Bäume pflanzen. Hm. So muss das. Hm. In hier hin. Da hin. Aber es gab auch irgendeinen Abstand, in dem man die pflanzen musste, ne? Ich glaub schon. Den hab ich schon wieder vergessen. Kam, ich hab mich versteckt. Du findest mich nie. Weißt du denn, wo ich bin? Ja, bei deinem Haus. Aber ich hab mich falsch. Nee, bin ich nicht. Okay. Hä, hä. Voll das tolle Versteck gefunden hier. So, deswegen kann ich das hier nicht machen. Oh. Oh, ich glaub, das sieht optisch aus. Oh, natürlich. Wie immer weh ich runterfallen. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt, Mädels? Nö. Wo ist der? Oh. 21.37 Uhr. Was? Die Zeit geht ein bisschen zu schnell rum. Nee, ich will noch nicht aufhören. Wir machen einfach durch. Ist schon okay. Noch ein bisschen, Mama. Ich hab euch eine Entschuldigung für morgen. Du hast dich in deinem Haus versteckt. Warte, warte, warte. Nein, jetzt bin ich nicht mehr. Jetzt muss ich. Geh nochmal raus. Ja. Achso, hier ist ein Knöpfchen. Nicht gucken. Nicht luschen. Hier ist ein Knöpfchen. Hier ist ein Knöpfchen. Ah. Warum legt das Pferd die Ohren an? Uh, wie lauf ich denn jetzt? So, ich hab mich versteckt. Dori? Ja? Warum legt das Pferdchen die Ohren an? Ähm. Oder gehen die noch nach vorne? Nö, die sind nach hinten jetzt, weil sie dann wie Pferdeohren aussehen. Sie sehen aber aus wie böse Pferdeohren, als wenn das Pferd not amused ist. Ich hab mich versteckt. Du hast dich versteckt. Ja, das kommt noch. Kana, wo bist du? Wenn ich jetzt da Feuerwand mache. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Ich hab mich versteckt. Äh. Äh. Dein Balkon ist ziemlich dreckig. Ich weiß. Warte mal sauber. Äh, äh. Äh, äh. Oh, kann ich, kann ich jetzt Weizen anfassen oder ist er immer noch nicht so weit? Doch, der ist fertig. Den kannst du ernten, wenn du möchtest.